Prügel zwischen zwei Lasius-Niger-Kolonien, wo anscheinend keiner genau weiß, warum sie sich prügeln oder weshalb sie sich prügeln. Jedenfalls geht das hier, wie ihr seht, hier, 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 da hinten, da hinten. Jedenfalls geht die Prügel, ich habe beobachtet, von hier, den ganzen Weg bis da hinten. Es scheinen also zwei recht große Lasius-Kolonien zu sein, die gerade Streit haben, wahrscheinlich um diese Eiche hier, wer das Recht hat, an der Eiche hoch und runter zu laufen. Weil, Logik, weil da drüben ist nur eine Eiche und weit da drüben ist auch eine Eiche, aber nein, diese Eiche ist besonders, wir müssen uns mit dieser Eiche prügeln. Auch wenn es nicht wirklich richtige Prügelrei ist, also wirklich Beißereien und dass sich wirklich zwei Ames ineinander verbeißen und am Boden in drei langen Kullern, habe ich recht selten jetzt gesehen und ich beobachte das jetzt schon circa 30 Minuten. Kull, 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 Kull Oh na, lassen wir uns in Frieden und bis zum nächsten Mal, Lieben. Bye, bye.